Und auch eine Ansicht von oben vielleicht wäre ganz schön, dass man so... Ja, wenn man in der Mitte ist. Achso, ja, gut. Sehr schön. Vielleicht links und rechts auch mal rumgeschwenkt so. Nee, das ist wieder nicht. Aber links und rechts ist schon ganz. Kommt man nicht wirklich ran. Ja, dann geh doch mal rein. Oder geh von oben rein. Das geht doch wirklich die ganzen Schule. Naja, wir hatten nicht viel Zeit. Wir hatten echt nicht viel Zeit. Ja, ja. Ich glaube auch, dass es echt... Ich meine, es hat... Super. Jurassic. Ja, dann können wir mal sehen. Ich mag Frau. Okay, super. Prima. Danke. Ich spiele nicht auf Server. Ich spiele nicht auf Server, weil... Erstens ich so den Internethaber und... Zwei.